Guten Tag Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Titanfall in der Materialschlacht auf Demeter. Es beginnt schon, also wir warten jetzt bis es beginnt und ja, dann wird wieder abgeschlachtet. Oder wie man das nennen möchte, bei mir. Ja. Das ist ein Material, das ist recht da und jetzt habe ich auch mal den Teufel genommen, auch nicht recht da, weil wir uns nicht da und wo es uns hinführt. Ups. Ach, wusste es doch nur, das war ein bisschen. Wenn man mit der mal zweimal schießen muss, ist ja nicht gut. Also nicht wirklich gut. Danke, dass man kein Mensch dann gut um Einsatzbereit ist. Ich wusste doch, oh, Camper. Ich glaube, die ganze Nachricht steht. Wir schauen jetzt mal, mal abgehen. Weil, ähm, ein Typ wegholen können, wenn er immer steht. Was ich auch mal hoffe. So, was passiert? Sehr gut. Come back. Muss noch ein. Ups. Ein Rediger von denen. Oh. 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 Ah, komm. Nee, das muss jetzt auch nicht wahr Das ist doch eigentlich auch nicht so gut Ja, Goldspieler Dauerhaft Mehr Punkte als jeder kriegt, ne? War auch besser So, das war's jetzt auch wieder mit der Runde Und wir sehen uns ein andermal